Und? Meinen Sie, Neck packt das? Das wird sich ja jetzt zeigen. Mit der Kraft der Sonnensteine kann Neck auch entfernte Ziele mit einem Bombardement aus Relikten angreifen. Dieser Explosionsangriff kann sogar mehrere Ziele gleichzeitig treffen. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.